Nee, du willst aber ja möglichst viele davon haben. Das ist ja das Ziel an der Sache. Wenn die Indates sitzen und der Supply-Lock dich da ist, dann hast du ja mehr als deinen Gegner. Das stimmt ja nicht so ganz. Dann stehen da wieder Lurker und machen alle. Lurker sind immer noch OP. Das haben wir gerade noch festgestellt in der letzten Aufnahme. Nö. Du darfst halt nur nicht in Lurkern kämpfen, wie ich es dir auch gerade schon gesagt habe. Da sagt er nichts mehr. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Zahok ist demotiviert, weil er festgestellt hat, dass es an ihm liegt, dass er verliert und nicht an allen anderen Rassen. Wobei er so ganz offensichtlich zugegeben hat, dass er immer noch nicht ist. Das liegt ja nicht an mir hier. Das Balancing ist ja immer noch scheiße. Ja, und der Schiedsrichter ist auch blöd. Zahok kann ja nix. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist für Zahok, dass er Bayern-Fan ist, weil... meine andere Mannschaft würde überhaupt nicht ertragen. Das stimmt. So viel, so viel wie zum Beispiel ein Werder-Breben-Fan. Machst du denn damit Gas first? Ja, weil ich... Habe ich die ganzen anderen Spiele übrigens auch gemacht. Deswegen aber verloren. Nö. Was sind unsere Gegner eigentlich? Wo bleibt denn deine Hedge eigentlich? Die fährt nach unten. Das ist ein bisschen spät, ne? Ja, man soll sich nicht so anstellen. Dann haben wir wieder eins, was Mineralien in der Hand hat. Einen Worker. Übrigens, das finde ich bei Northgard ziemlich geil. Da kommen einfach nach Zufriedenheit die Worker. Da muss er nicht so einen Scheiß machen wie hier. Der Pool passt nirgends hin. Aber das Supply-Lock bist du trotzdem ständig, oder? Nee, das ist überhaupt kein Problem. Dann sind deine Leute nicht zufrieden genug. Eins von beiden. So, ein Pool. Ähm, zweites Gas. Brauche ich direkt am Anfang das zweite Gas? Da kostet das Zerg eigentlich überhaupt nix, ne? Du brauchst überhaupt kein Gas als Zerg eigentlich. Eigentlich kannst du die ersten drei Worker, nachdem du 100 Gas gesammelt hast, kannst du eigentlich die Leute erstmal aus dem Gas nehmen. Weil du möchtest am Anfang absolut nur Mineralien haben. Aber lass es einfach, lass sie im Gas drin, aber auf gar keinen Fall jetzt das zweite Gas nehmen. Okay. Und den Overlord vorbauen. Weil du brauchst gleich eine Queen und bis gleiche Supply bleibt. Das stimmt, dann schicke ich gleich mal hier hin. Ich hab übrigens, ich hab gefunden, wo der Gegner ist. Das ist ja eine Überraschung. Woher hast du das gefunden? Du hast es noch nicht mal gesehen. Aber er ist da, da hast du recht. Ich brauch mehr Overlords, aber der ist doch hier schon im Kokon. Oh, jetzt. Overlord geht wieder. Das ist ja auch mal den leicht früher. Natürlich ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier voll gescoutet werden. Irgendwann kommt da vorne. Ist das ein Gebäude? Nee. Jetzt schickst du deine... Genau runter her. Naja, hat der noch gepasst von der Zeit. Hast du die 6 Save-Klinge gebaut? Wenn ja, schickst du sie zur Nation. Ich muss F2 nutzen. Ich weiß, da macht man eigentlich nicht. Ich hab halt nichts, was diesen Overlord vertreiben kann, weil ich keinen einzigen Marine gebaut habe. Ach, dieses Overlord bauen wir mir auf den Sack, ey. Ich sollte mal... Ich mach jetzt mal hier was ganz Außergewöhnliches. Manchmal muss man was ganz Außergewöhnliches machen. Da hat er recht. Was hab ich denn noch vergessen? Alles. Alles klar. Hat er mitgedacht. Das find ich gut, Starrock, wie du deine Echse genommen hast. Ja, aber sonst gibt's hier wieder harte Beschwerungen von Leuten. Das ist auch perfekt. Inject, Junge. Irgendwann hab ich noch vergessen. Das hab ich auch vergessen. Dann machen wir noch... Roach Warren machen wir auch noch. Ach komm. Und dann machen wir... Da hat was Nergowix gesagt hat und machen hier einen Spinecrawler in jede Eco-Line. Da hat Nergowix gesagt, das macht man so als Professor... Nee, einen Boardcrawler, nicht einen Spinecrawler. Ja, das mein ich ja. Du weißt das schon. Was ist der Unterschied? Ja, aber du weißt ja Bescheid, was ich meine. Was machst du mit deiner blöden Queen da? Ich überhaupt nichts. Du schickst die zu mir und versperrst damit unsere Ramp. Okay, meine Queens sind gerade irgendwo hingelaufen, wo sie das nicht so... Ja, das mein ich ja. Nicht so, als hätte ich das nicht gerade gesagt. Ja, Worker bauen hier. Kein Problem. Und Overlords reicht genau für zwei Overlords noch. Ich dachte schon, der Gegner fliegt hier rum. Oh, jetzt brauche ich aber deutlich... Jetzt brauche ich aber doch mehr Gas hier. Okay, da hast du ein bisschen besser erhofft, muss ich zugeben. Meinst du das bei mir oder das bei dir jetzt? Ich habe währenddessen angegriffen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Achtung, ich schicke mal ein paar Worker zu meiner nächsten Basis hier. Okay. So, Queens, Inject. Inject und die andere hier, die noch frei ist, die läuft nach da drüben. Ich brauche ein paar Einheiten, bitte. Deshalb. Nicht die Queen in den Tod schicken. Oder schick auf die Queen in den Tod. Okay. So, Hedge nachbauen. Da kommt aber noch mehr. Ist egal. Okay, in a way. Jetzt habe ich ja ein bisschen was. Ich war nur gerade eben durch mein Harassment defensiv noch nicht so weit aufgestellt. Ich habe jetzt auch hier. Ich habe 40 Worker in dem einen Ding. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. Ja, das ist korrekt. Kannst du die Rockstar bitte mal rausnehmen neben dir? Ja, das wollte ich vorhin. Ich wollte die hier unten in der Gold rausnehmen. Ich hoffe, du baust ein paar Einheiten, ne? Ja, ich habe das ja nur linke gesehen. Ich baue hier ein paar Roadschips. Ich brauche Einheiten. Wir brauchen mehr Ovalor. Er hat übrigens auch einen Leertag, ne? Also es könnten Mutters kommen, aber... Du hast ja ein Safety-Dings überall, ne? Äh, ja. Einen. Ich weiß nicht, ob das reicht, oder? Ja, mehr nicht. Warum habe ich die alle nicht auf den Hack geht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Kann ich die Echse haben, wo du gerade die Rocks rausnimmst? Weil das ist ein bisschen... Ich muss mal eben hier noch... Ich muss mal hier weg dort hinschicken. Äh, Inject. Inject. Oder mit den Injects, das ist noch nicht so ganz in meinem Metier. Ja, wie gesagt. Auf jeden Fall dann, äh... Mehrfach injecten, ne? So übereinander. Ich injecte immer den Overlord, weil der genau daneben steht. Und mit Shift über injecten, ne? Upgrades. Zauber, Upgrades. Ja, natürlich, Neurix. Als Sierk ist das sogar ziemlich wichtig, Upgrades zu nehmen. Spielst du jetzt Muterling Banning, oder spielst du Roach... Roach Hydra? Äh, ich spiel... Das... Roach, das erstmal. Okay. Wenn du nur Roaches baust, gerade auf jeden Fall auch ein paar Ravager-Morfen, ne? Okay. Ja, du... Du musst... Du musst ich noch ein bisschen hier üben. Wir brauchen mehr Overlords. Da kommt ein Marine. Ja, ein Marine ist nicht so schlimm. Bin ich zu deiner Exe jetzt? Nein, sehr gerne. Und du hast in der Main wieder ganz schön viel Energie. Bau in der Main eine Makro-Hatch und injecte weiter. Hast du Roach-Speed? Ja. Hast du Overlord-Speed? Nein. Wir haben Overlord-Speed. Da kommen sie. Angriff, 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 Angriff. Die lasst du auch nicht. Du machst Move-Command die ganze Zeit. Okay, siehst du, jetzt hast du nämlich nicht Move-Command gemacht und alles ist tot dank deiner Bailinger. Ja, gegen die Dinger kann ich ja nichts machen. Ja, ist egal. Hauptsächlich stehst du mir nicht im Weg rum, dann ist alles gut. Aber ich kann hier ein bisschen nachbauen. Nimm die Echse wieder, die ist gerade gestorben. Haben die meine Bailinger getötet? Nein. Du standest nur zu weit oben, wie immer, und dann ist deine Bailinger gestorben. Du musst übrigens dringend deine dritte saturieren. Was ist denn mit der los? Hör mal auf, 78 Bians zu bauen. Das reicht jetzt. Okay. Die kann ich quasi direkt saturieren. Hier von da, genau. Da sind 78.000 Drohnen an deiner Natural Rings. Und in der Menge ist wahrscheinlich auch leer. Also, das lass ich mir nicht sagen, dass ich zu wenig Worker gebaut habe. Ja, du musst da nur drauf achten, dass du dir auch, ne? Das stimmt, Neurix. Aber dafür spielen wir das ja rum. Hier, Ebay, Ebay, Ebay. Wir wissen übrigens ja jetzt, dass Mut das da ist. Also, das heißt, du baust pro Ecoli noch mal einen weiteren Dingens. Aber bitte brauche ich hier zum Beispiel einen unter deinem Roadtron. Links oder drunter. So, dass du das Gas mitbeschützt. Also, das ist immer wichtig, dass du dir so ein bisschen hier in der Main, ne? Dass du da so ein bisschen abwächst, quasi. Egal, das sag ich jetzt nicht. So. Ich hab doch irgendwo Evolution-Champ. Ich hab irgendwie überhaupt keine Einheiten. Ich hab das Gefühl... Oh, pushen. Mit was denn? Mit Einheiten, hoffentlich. Ich hab jetzt eigentlich auch schon ein weiterer Examen hin. Oh, bei dir sind die Mutters oben? Das ist nicht so geil, wo die gerade rumstehen. Lass mal angreifen währenddessen. Okay. Oh, 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 geil. Okay, schade. Nicht ganz so geil. Fast. Hast du die an deiner neuen Base natürlich überhaupt keine Sporkvorder gebaut? Hast du die an deiner dritten wenigstens? Nein, natürlich nicht. Weil warum auch? Sag ich, du hast nichts, was in die Luft schießen kann. Das bringt nichts, was in die Luft schießen kann. Weiter währenddessen mal den wichtigen Fight, ja? Ich hab sehr wohl was, was in die Luft schießen kann. Dann kommen wir nach vorne jetzt gleich, ne? Ich komme. Du bist an der Queen vorbeigelaufen. So, Shift, Strg, 1 und weiter nach vorne. Oh, hab ich da gucken. Oh, Bainlinge. Ich hab mich aufgefasst. Ich bin quasi bei dir hier, ne? Bainlinge. Ja, nicht mich hochdrücken, Cyroc. Oh, Gott. Das hätte aber auch schief gehen können. Ja, auf gar keinen Fall hab ich eine Ramp. Hier, guck mal, was ich hier habe, wie die in die Luft schießen, meine guten Hydra-Mudas-Dinge hier. Ja, ich bin gut in die Luft, während du die Hedgeway angreifst. Wenn auch die... Ich bin in die Mudas-Tämpfe. Ich bin gut in die Luft geschossen. Sieg! Völlig zu Recht, 5800 hab ich. Ja, das ist auch so eine Sache. Gib mir das Geld bitte ab. Ich wollte das eigentlich alleine gewinnen, deswegen hab ich dich erstmal nach vorne geschoben. Ja, das war sehr gemein. Ich sage, oh, da sind Bainlinge. Aufpassen. Mauer dich, triegel mal. Ja, geh da mal die Bainlinge an. Sind meine Einheiten doch da? Sag du mir, ich hab nix... Ich bin so einspielig. Und das, obwohl ich das Exil des Verräters rausgenommen habe. Alter, das mit dem Angreifen ist das so ein Problem, weil ich muss ja auch gleichzeitig nachbauen. Eine große Frechheit, dass Zalrog den Erfolg Meister des Zerg-Makros erzielt hat. Ja, würd ich aber auch sagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.